so wir sind long es ist 8 uhr 49 big number 13.900 und wir sehen es hier steht kurz vorm lande anflug und das war der trade also long im ersten anlauf big number und damit verabschieden wir uns bei den youtube für unser video tagebuch wir machen jetzt weiter dreimal treten wir diese big number und wünsche allen gute trades und wir machen im live trading raum weiter so wir sind long es ist 8 uhr 49 big number 13.900 und wir sehen es hier steht kurz vorm lande anflug und das war der trade also long im ersten anlauf big number und damit verabschieden wir uns bei den youtuber für unser video tagebuch wir machen jetzt weiter dreimal treten wir diese big number und wünsche allen gute trades und wir machen im live trading raum weiter nach dem traden ist vor dem traden ihr wisst bin ich sehr kaffee durstig aber ich habe einen auftrag der regisseur sagt ich darf nicht kaffee holen bevor ich nicht euch motiviert habe unseren kanal zu abonnieren und natürlich uns zu